Herzlich willkommen zu meinem Yoga fortgeschrittenen Programm für die Bauchmuskeln und für die Talie. Wir beginnen im Sitzen, um die Talie und die Bauchmuskeln ein bisschen zu dehnen. Nimm die linke Hand auf die Seite, heb deinen rechten Arm und dann zieh den rechten Arm auf die linke Seite und verlagere gleichzeitig das Gewicht auf deinen rechten Sitzbeinhöcker. Komm nach oben und wechsel die Seite. Zieh den linken Arm über dein linkes Ohr. Jetzt lass deinen linken Sitzbeinhöcker währenddessen nach unten sinken. Komm wieder nach oben, atme ein. Dehn dich nach links mit dem Ausatmen. Komm wieder nach oben, atme ein und dehne dich auf die rechte Seite. Komm zurück, komm in die Rückenlage und platziere deine Hände unter deinem Gesäß. Streck die Beine senkrecht nach oben, zieh die Zehenspitzen zum Körper und drück deinen Rücken in Richtung Boden und in Richtung Hände hinein. Atme ein und mit dem Ausatmen senkst du dein rechtes Bein in Richtung Boden. Mit dem Ausatmen senkst du dein linkes Bein und hebst es mit dem Einatmen wieder nach oben. Und noch einmal das rechte Bein senken, ausatmen und wieder heben mit dem Einatmen. Und jetzt senkst du beide Beine gleichzeitig mit dem Ausatmen in Richtung Boden und führ die Beine wieder nach oben mit dem Einatmen. Senk die Beine immer nur so weit, wie deine Bauchmuskeln die Übung ausführen können. Also sobald die Übung im Rücken schmerzt, hebst die Beine sofort wieder nach oben in Richtung Decke. Und denk dran, die einzelnen Bewegungen mit den Atemzügen zu kombinieren. Mit dem Ausatmen die Beine senken und mit dem Einatmen heben. Und beim nächsten Mal senk die Beine ganz langsam bis ganz nach unten zum Boden. Wenn es zu anstrengend wird, kannst du auch gerne vorher die Füße aufstellen. Und dann zieh die Hände raus, entspann dich kurz, atme ein paar Mal tief durch. Und jetzt machen wir die Übung noch etwas anspruchsvoller. Und zwar legst du hierzu deine Hände unter den Kopf und streckst die Beine nochmal nach oben, ziehst die Zehenspitzen zum Körper. Drück auch hier wieder den Rücken fest in den Boden hinein. Atme ein und mit dem Ausatmen senke beide Beine wieder in Richtung Boden. Und mit dem Einatmen hebst die Beine wieder. Mit dem Ausatmen die Beine senken. Und mit dem Einatmen heben. So, noch einmal absenken. Und heben. Und dann senk die Beine auf halbe Höhe. Öffne die Beine. Und führe ein Bein abwechselnd über das andere Bein. Und lass den Atem fließen. Streck die Beine nochmal nach oben. Und dann senk beide Beine auf zehn Stufen langsam in Richtung Boden. Und lass den Atem währenddessen fließen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Schüttel die Beine aus. Atme ein paar Mal kräftig durch. Komm nach oben zum Stehen. Überkreuz die Füße. Und komm in den herabschauenden Hund. Bring die Schultern über die Handgelenke ins Brett, in die schiefe Ebene. Spann wieder aktiv, bewusst deine Bauchmuskulatur an. Und kippe deine Fersen dann auf die rechte Seite und platziere deinen linken Fuß vor dir fest auf dem Boden. Heb dein Becken nach oben und streck den linken Arm zur Decke. Heb dein Becken nach oben. Denn je höher du dein Becken nach oben schiebst, desto mehr kannst du merken, wie deine Tallinnmuskulatur arbeitet. Zieh den Arm mit dem Einatmen über dein Ohr. Und bring die Hand mit dem Ausatmen zum Oberschenkel. Und drück etwas mit der Hand gegen den Oberschenkel. Mit dem Einatmen ziehst du den Arm wieder übers Ohr. Und mit dem Ausatmen bringst du die Hand zum Oberschenkel. Noch eine Wiederholung. Einatmen, übers Ohr ziehen. Und mit dem Ausatmen wieder zurück zum Oberschenkel. Dann komm in den herabschauenden Hund zurück. Komm wieder in die schiefe Ebene. Jetzt machen wir die andere Seite. Gibst die Fersen nach links und platzierst deinen rechten Fuß vor dir auf der Matte, dass du eine gute Stabilität hast. Zieh den rechten Arm nach oben zur Decke. Heb auch hier wieder dein Becken möglichst weit nach oben. Mit dem Einatmen ziehst du deinen rechten Arm übers Ohr. Und auch hier mit dem Ausatmen die Hand wieder zum Oberschenkel führen. Mit dem Einatmen übers Ohr ziehen. Mit dem Ausatmen die Hand zum Oberschenkel. Und nochmal übers Ohr. Und noch einmal zurück. Nochmal über den Kopf ziehen. Einatmen. Und nochmal zum Oberschenkel. Streck den Arm wieder nach oben. Und dann komm zurück in den herabschauenden Hund. Komm für einen Moment auf die Knie. Schüttel die Handgelenke aus. Jetzt gehen wir in eine weitere Variation der seitlichen Planke. Bring wieder deine Schultern direkt über die Handgelenke. Die Fersen wieder auf die rechte Seite. Streck den linken Arm wieder nach oben. Bring auch hier wieder dein Becken so hoch wie möglich in Richtung Decke. Atme ein und mit dem Ausatmen ziehst du jetzt deinen linken Arm unter dem Oberkörper nach hinten durch. Und mit dem Einatmen streck den Arm wieder nach oben. Und wieder nach unten abtauchen. Nimm auch den Blick mit nach hinten. Wieder nach oben. Atme ein. Wir machen das Ganze noch zweimal. Ausatmen. Und einatmen strecken. Noch ein letztes Mal. Komm wieder nach oben. Und jetzt, wenn du möchtest, kannst du mal besuchen, deinen linken Fuß auf deinen rechten Fuß zu legen. Und somit nur auf der rechten Fußaußenkante zu balancieren. Und dein Becken schiebst du wieder so weit nach oben, wie es dir möglich ist. Und atme tief und gleichmäßig. Komm zurück. Locker die Handgelenke. Und wir gehen gleich auf die andere Seite. Wieder in die schiefe Ebene kommen. Die Fersen auf die linke Seite. Nimm den Arm nach oben. Atme ein. Drück dein Becken nach oben. Und mit dem Ausatmen zieh den Arm wieder unter dem Oberkörper hindurch. Mit dem Einatmen komm wieder nach oben. Mit dem Ausatmen geh wieder in die Drehung nach unten. Mit dem Einatmen streck den Arm. Mach das noch zweimal. Noch einmal. Und dann bleib hier. Und wenn du möchtest, kannst du auch hier wieder deinen rechten Fuß auf den linken Fuß legen. Zieh die Zehenspitzen zum Körper. Hab die Füße, die Beine ganz stabil. Schieb dein Becken nach oben. Nimm den Blick nach oben. Und komm wieder zurück. In den herabschauenden Hund. Senk die Knie. Und entspann nochmal deine Handgelenke. Jetzt kommen wir in den Unterarmstütz. Plattier hierzu deine Ellenbogen direkt unter den Schultern. Und stell deine Fußbeile nach hinten. Und bring den Körper in eine gerade Linie. Aktivier auch hier wieder deine Bauchmuskulatur. Zieh ein wenig deinen Bauchnabel nach innen oben. Und mit dem Einatmen senke die Knie in Richtung Boden, ohne dass der Rücken ins Hohlkreuz fällt. Das ist ganz besonders wichtig bei der Übung. Und mit dem Ausatmen streck die Beine. Drück die Fersen nach hinten. Mit dem Einatmen kommen die Knie wieder zum Boden. Und mit dem Ausatmen streck die Beine wieder. Noch einmal die Knie senken. Atme ein. Und noch einmal die Knie heben und die Beine durchstrecken. Und dann bleib hier und atme. Jetzt beginnst du dein Becken zu kreisen. Auch hier bleibt die Wirbelsäule stabil. Kreise nach unten und nach oben. Wenn du nach oben kreist, atme ein. Und wenn du nach unten kreist, atme aus. Wechsel dann die Kreisrichtung. Senk die Knie. Setz dich auf die Fersen. Und senk den Kopf kurz in Richtung Boden. Legst du den Oberkörper auf und komm zum Sitzen. Nimm deine Hände hinten an die Oberschenkel. Neig dich etwas zurück. Lass die Wirbelsäule dabei gestreckt. Und bring die Unterschenkel parallel zum Boden. Lenke auch hier die Atmung wieder vermehrt in die Körperseiten hinein, in den Brustkorb. Und zieh deinen Bauchnabel sanft nach innen oben. Jetzt löst du die Hände von den Beinen. Streckst die Arme nach vorne. Und mit dem Ausatmen ziehst du deinen rechten Arm senkrecht nach oben zur Decke. Mit dem Einatmen senk den Arm wieder. Mit dem Ausatmen heb den linken Arm nach oben. Und mit dem Ausatmen senken. Mit dem Ausatmen heb den Arm nach oben. Mit dem Einatmen senkt den Arm. Mit dem Ausatmen heb den linken Arm nach oben. Einatmen senken. Und noch einmal den rechten Arm nach oben heben. Und hier halten und atmen. Und dann wechsel die Arme. Und bleibe auch hier. Atme ruhig weiter. Die Hände wieder zu den Oberschenkeln. Senkt die Füße. Lass die Knie auseinanderfallen. Die Arme nach vorne. Und senkt den Kopf. Jetzt gehen wir in eine weitere Variante. Sitz wieder auf den Sitzbeinhöckern. Bring die Unterschenkel wieder parallel zum Boden. Und nimm die Arme jetzt nach oben in Richtung Decke. Achte darauf, dass Schultern und Nacken weich bleiben. Und dass die Handflächen zueinander gedreht bleiben. Und atme. Jetzt dreh den Oberkörper auf die rechte Seite mit dem Ausatmen. Bleib auch hier für ein paar Atemzüge. Und dann senkt den linken Arm nach vorne. Und zieh den rechten Arm nach hinten. Komm zur Mitte zurück. Atme ein. Streck dich. Und mit dem Ausatmen drehst du dich etwas nach links. Jetzt senkt den linken Arm nach hinten. Und den rechten Arm nach vorne. Bleib ganz aufgerichtet in der Wirbelsäule. Komm zurück. Nimm die Arme nochmal hoch. Und entspann dich kurz. Richte den Oberkörper auf. Kreuz die Füße. Und komm in den herabschauenden Hund. Setz deinen rechten Fuß nach vorne. Klapp den hinteren Fuß um. Platziere deine rechten Fingerspitzen außen neben deinem rechten Fuß. Zieh den linken Arm nach oben zur Decke. Und zieh ihn jetzt über dein linkes Ohr in die Länge. Verlängere deine linke Körperflanke. Und jetzt gibst du immer weniger Gewicht auf deine rechten Fingerspitzen. Und ziehst den rechten Arm auch nach vorne. Du kannst merken, wie die Talien und Bauchmuskeln hier arbeiten müssen, um die Position zu halten. Komm wieder zurück. Dehnen die Flanke. Komm zurück in den herabschauenden Hund. Setz jetzt den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Klapp den rechten Fuß hinten schräg um. Platziere deine linken Fingerspitzen außen neben dem Fuß. Streck den rechten Arm nach oben. Und zieh ihn über dein Ohr in die Länge. Und auch hier wieder immer weniger Gewicht auf die linken Fingerspitzen geben. Und den linken Arm auf die Seite ziehen. Achte darauf, dass dein Oberkörper nicht auf dem Oberschenkel liegt. Und zieh dich in die Länge und atme. Und dann komm zurück in den herabschauenden Hund. Beug und streck abwechselnd deine Beine. Komm nach vorne. Und lass den Kopf sinken. Komm nach oben zum Stehen. Atme ein. Und nimm die Hände an die Talie. Wir machen weiter mit einer Dreiecksvariante. Mache einen großen Schritt nach hinten. Richte den rechten Fuß nach rechts aus. Der linke Fuß steht parallel zum Mattenrand. Und dein Becken drehst du nach vorne. Nimm die Arme auf die Seiten. Zieh auch hier wieder die Körperflanken lang. Und dann zieh dich nach rechts. Bring die rechte Hand ans Schienbein. Nimm den linken Arm nach oben. Lass die Schulter an den Rücken sinken. Und jetzt ziehst du deinen linken Arm über deinem linken Ohr auf die rechte Seite. Drück den linken Fuß fest in die Matte. Und jetzt löst du auch die rechte Hand vom Schienbein ab. Und gleich kannst du merken, wie die Talienmuskulatur arbeiten muss, um diese Position zu halten. Und dann streck den rechten Arm auch nach rechts. Nimm die Hand zurück. Und komm nach oben. Wechsel die Seite. Bring den linken Fuß jetzt nach links. Den rechten Fuß parallel zum Mattenrand. Dreh wieder dein Becken nach vorne. Mach die Flanken lang. Heb die Arme. Zieh dich auf die linke Seite. Und platziere dann die linke Hand auf deinem Schienbein. Nimm den rechten Arm nach oben zur Decke. Zieh jetzt deinen rechten Arm über deinem rechten Ohr nach links. Und löse jetzt auch deine linke Hand vom Schienbein ab. Zieh die Flanke in die Länge. Und gib viel Gewicht, viel Druck auf deinen rechten Fuß. Jetzt heb deinen linken Arm höher, sodass die Arme parallel zueinander sind. Nimm die linke Hand zurück. Und komm wieder nach oben zum Stehen. Locker die Schultern aus. Dreh die Zehenspitzen nach außen. Beuge ein bisschen die Knie. Wir werden jetzt noch die Talie dehnen. Stütz dich rechts ab. Zieh den linken Arm auf die rechte Seite. Komm nach oben. Zieh den rechten Arm nach links. Und komm nach oben. Und dann lass dich nach unten abrollen. Schüttel die Arme aus. Bewege den Kopf. Und komm wieder nach oben zum Stehen. Mobilisier nochmal ein bisschen deine Wirbelsäule. Atme ein. Mach den Rücken ein bisschen rund. Atme aus. Einatmen. Und ausatmen. Du hast das Programm geschafft. Schön, dass du wieder dabei warst. Und falls du auch in Zukunft keines unserer Videos verpassen möchtest, dann abonnier doch am besten unseren Channel.